Bhagavad Gita Vers 4.4 Arjuna sagte, der Sonnengott Viva Svan ist von Geburt her älter als du. Wie ist es daher zu verstehen, dass du ihn am Anfang in dieser Wissenschaft unterwiesen hast? Erklärung Es besteht kein Zweifel darin, dass Arjuna ein Geweihter des Herrn ist. Und daher mag man sich fragen, wie er dann den Worten Krishnas keinen Glauben schenken konnte. Die Erklärung ist, dass Arjuna nicht für sich selbst fragte, sondern für diejenigen, die nicht an den höchsten persönlichen Gott glauben. Die Dämonen, die Krishna nicht als den höchsten persönlichen Gott anerkennen wollen. Für sie allein stellte Arjuna diese Fragen, als wüsste er nicht, dass Krishna der persönliche Gott ist. Wie im 10. Kapitel deutlich wird, wusste Arjuna sehr wohl, dass Krishna der höchste persönliche Gott, der Ursprung allen Seins und das höchste Prinzip in der Transzendenz ist. Natürlich erschien Krishna auch als der Sohn Devakis auf dieser Erde. Wie es möglich war, dass Krishna dennoch der selbe höchste persönliche Gott, die ewige ursprüngliche Person blieb, ist für den gewöhnlichen Menschen sehr schwer zu verstehen. Um diesen Punkt also zu klären, stellte Arjuna Krishna diese Frage, sodass der Herr als Autorität darüber sprechen konnte. Nicht nur heute, sondern seit unverdenklichen Zeiten erkennt die gesamte Welt Krishna als die höchste Autorität an und nur die Dämonen verleugnen ihn. Da Krishna die von allen anerkannte Autorität ist, stellte Arjuna ihm diese Frage, damit Krishna sich selbst beschreiben konnte, ohne den Dämonen die Möglichkeit zu geben, die Wahrheit über ihn zu verzerren und ihn in einer Weise zu beschreiben, die den Dämonen und ihren Anhängern angenehm wäre. Es ist für jeden in seinem eigenen Interesse notwendig, die Wissenschaft von Krishna zu kennen. Es ist daher für alle Welten glücksverheißend, wenn Krishna selbst über sich spricht. Denn Dämonen mögen solche Erklärungen fremd erscheinen, da sie Krishna immer nur von ihrem eigenen Standpunkt aus betrachten. Aber die Gottgeweihten begrüßen die Erklärungen Krishnas, wenn sie von ihm selbst gesprochen werden, mit großer Freude. Die Gottgeweihten werden solche autoritativen Aussagen Krishnas immer verehren, weil sie ständig darum bemüht sind, mehr über ihn zu erfahren. Die Atheisten, die Krishna für einen gewöhnlichen Menschen halten, können auf diese Weise erkennen, dass Krishna übermenschlich ist. Ein Gottgeweihter wie Arjuna ist sich natürlich niemals über die Transzentali-Posite, Dass Arjuna dem Herrn diese Frage stellt, ist nichts anderes, als ein Versuch des Gottgeweihten, die atheistische Haltung jener Menschen herauszufordern, die Krishna für einen gewöhnlichen Menschen halten, der den Erscheinungsweisen der materiellen Natur unterworfen ist.